ja hi wir spielen alte f4 und es ist viel zu laut ich habe das spiel nicht gespielt wir gehen einfach ein neues spiel heißen wir aufs lernprogramm kriegen wir ja schon hin ich habe keinen plan ob das ich habe keinen plan ob das spiel auch noch los first person side nix nix laufen okay anscheinend kommen wir aus dem portal ich weiß absolut nicht was wir machen sollen ich glaube es ist online aber nee ok ah ja ok ich verstehe ich bin überfordert warum bewegt es nicht auf einmal renn Junge Junge nein nein äh ok Nein, das ist ganz schlecht. Kann ich irgendwie was machen, um schneller vorbeizukommen? Ich dachte, es ist ein Spieler. Safe. Ach, ich muss das Scheiße auch noch abschießen. Wie soll ich das denn alles regeln? Ich habe keine Säge, denn ich habe keine Säge. Wie braucht es Kabel? Ich habe keine Säge. Ich habe kein Säge. Sie geht ins夢. Ich habe keine Säge. Okay. Gott. Also. Hallo? Nein. Ich bin auf dem Dach. Nein. Ups. Gut zu wissen. Ähm. 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 Hä? Ja. Ich nicht. Die Steuerung ist, äh, natürlich. Echt kluig. Äh, ich bin total überfordert. Ja. Keine Ahnung, was ich bin. Ähm. Doch mit dem Beten. Nein! 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 Vor allem mit der Steuerung. Wenn ihr wollt, dass ich jetzt nochmal spiele. Ich hab einfach nur ein kurzes nebenbei Video. Ähm. Was ich jetzt noch mit einem hochladen werde. Ich hab eigentlich das Hilfspiel mit einem Kollegen. Damit hätte es zwischenzeitlich abgestürzt. Und da ging es 10 Minuten nicht. Und dann haben wir gesagt, scheiß drauf. Und anders einfach. Ähm. Komm schon. Komm schon. What? Ah, okay. Ich verstehe. Würde ich das verstehen? Und dann hab ich gedacht, komm. Nein, tue ich nicht. Ähm. Ey. Hör. Ne, sitze ich hier und mach ein alt F4 Video, was ich gerade noch mit 2,50 gekauft hab. Vor knapp ne Stunde. Ne, inzwischen drei aber. Ne, zwei aber irrelevant. Dass wir jetzt nicht mehr laufen würden. Nein. Brutal. ok ja ich würde sagen acht minuten ach der ritter also für euch sind es keine acht minuten für euch werden sie minuten 30 oder so sagen ich würde sagen wir probieren das jetzt noch einmal und wenn ihr es noch mal sehen wollt dann gibt den ganzen video einen daumen nach oben hier und dann hier und zu meiner playlist meiner pokémon mit der nasa challenge die habe ich heute mal angefangen morgen kommt das neue video beziehungsweise wenn ihr das video schaut am selben tag aber der herausforderungsmodus ach cool ach cool es gibt also noch so was gucke ich kurz rein oder würde ich jetzt nicht lange machen ok hier links in der endkarte seht ihr mein konto zu meinem kanal machen wir auch mal anders und hier unten kommt ihr zu einem neuen video von mir wir sehen uns im nächsten video bis dahin bye bye bei wir sehen uns wieder